Hallo meine Lieben, ihr merkt schon, hier ist was anders mit dem Video. Ich nehme jetzt heute kein richtiges Video auf. Ja, die Entscheidung fiel mir jetzt nicht leicht. Ich hatte lange überlegt, hin und her gedacht, was jetzt einen Sinn macht, was jetzt einen Nutzen macht und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich YouTube jetzt so, wie ich es aktuell mache, nicht weitermache. YouTube wird im Endeffekt also bei mir jetzt nicht komplett sterben. Ihr werdet immer wieder ab und zu mal Videos sehen. Also ich werde mal ab und zu vielleicht mal ein Kochvideo machen, wenn ich die Chance habe. Ich werde mal ein paar Produkte vorstellen, aufgegessen Videos, irgendwie sowas in der Art. Aber die werden sehr sporadisch kommen, die Videos. Also die werden sehr, sehr selten kommen. Vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Monat. Vielleicht aber auch ein Video in zwei Monaten. Ich kann es euch nicht versprechen. Aber dafür, ich bin ja nicht aus der Welt. Also ihr habt ja immer noch genügend Content von mir per Internet. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich es schaffe, meinen Blog besser weiterzuführen. Ich verlinke euch mal alles unten. Also die ganze sämtliche Werbung unten in der Infobox ist alles raus. Ich schreibe auch keine Beschreibung rein, sondern alles nur Links, wo ihr mich weiter findet. Instagram wird mein Hauptaugenmerk finden. Da werde ich es auch ändern. Es werden keine Foodpics mehr kommen oder nur noch seltener. Foodpics werden trotzdem noch kommen. Aber eher hauptsächlich also wirklich auch Bilder, wo ich zu sehen bin, mit Content auch verbunden. Also diesen Content, was ich euch hier auf YouTube immer gebracht habe. Der wird jetzt in meinen Texten erscheinen. Es werden Blogbeiträge kommen. Udemy-Kurse. Udemy werde ich euch unten verlinken. Genau. Da wird es auch kostenlose Kurse zum Teil geben oder Gewinnspiele, wo ihr diese Kurse... Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen dunkler. Ich hoffe, das geht. Wo ihr diese Kurse auch eben gewinnen könnt, dass ihr die kostenlos bekommt. Dann wäre ich vielleicht... Wäre ich mal gucken auf einer anderen Plattform. Da muss ich mich noch anmelden, beziehungsweise ich habe mich da angemeldet, aber ich musste erst freigeschalten werden. Da werden dann vielleicht Videos hochkommen, wo ihr dann mit Likes mich bezahlen könnt. Also ihr müsst nicht zahlen dafür, sondern die Plattform zahlt. Es kostet euch keinen Cent. Ihr gebt ein Like. Ich bekomme Geld dafür. Das werde ich dann eher machen, aber auch nicht so regelmäßig halt eben da Videos hochladen. Aber ich muss halt gucken, wo ich bleibe. Ich muss meine Familie ernähren. Das müsst ihr verstehen. Und da rede ich auch... Da bin ich ehrlich zu euch. Dieses ganze Social Media ist auch teilweise verlogen, wenn die Leute sagen, hey, ich mache das nicht, um Geld zu verdienen. Ich mache das aus Spaß an der Freude. Und das Geld ist zweitrangig. Die meisten, die das hauptberuflich machen, die wollen oder müssen damit Geld verdienen. Und so geht es mir halt eben auch. Ich muss damit Geld verdienen, weil das mein Hauptberuf-Augenmerk ist. Natürlich ist es auch eine Leidenschaft und ich mache es natürlich nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und damit möchte ich mein Geld verdienen. Und ich möchte natürlich auch euch trotzdem weiterhin so viel Gutes wissen, so kostenlos wie möglich mitbringen. Und das passiert halt eben über Blogs mit Affiliate-Links und so weiter. Also trotzdem alles kostenlos für euch. Aber dennoch, dass für mich halt ein gewisser Opulus rausspringt. Und wer natürlich was zahlen möchte, kann natürlich auch was zahlen in Form von Udemy oder halt eben Produkte kaufen über Affiliate-Links. Da bin ich noch am überlegen. Guckt euch einfach die Links alles unten an. Merkt euch diese ganzen Seiten vor. Und auf Instagram bekommt ihr das auf jeden Fall mit, wenn diese, diese mit den bezahlten Likes, diese Plattform, sollte sie funktionieren. Ich hoffe es doch. Ähm, genau. Das Video ist momentan, ist gerade extrem spontan. Deswegen überlege ich gerade auch noch, was ich weiter sage. Ähm, genau. Ich hoffe, dass das klappt. Also wie gesagt, diese Likes, das sind Blog-Beiträge. Gibt es auch Videos, Livestreams. Livestreams weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Aber bei Videos und bei den Blog-Beiträgen ist es so, ihr bezahlt mich mit Links, ohne dass ihr was zahlt. Das finde ich, äh, mit Likes, ohne dass ihr was zahlt, bezahlt ihr mich damit. Also das finde ich schon richtig geil. Ähm, das möchte ich euch natürlich auch die Chance geben. Und YouTube ist einfach momentan, ich wäre so extrem blockiert. Ich bin einfach noch zu klein. Ich bin zu langsam gewachsen. Und es läuft einfach momentan einfach nicht weiter. Und, ähm, ich habe letztens erst einen Kommentar bekommen, der hieß es, wow, so geile Videos und so wenig Klicks. Mein Abo hast du. Erstmal danke auch für dieses tolle Kommentar. Aber das ist einfach, wo man sieht, die Leute, ihr seht selber, einfach wenig Klicks. Ähm, so viel Arbeit, so viel Wissen da reinstecken. Und es ist halt auch ein zeitlicher Aufwand. Ähm, das, das sehe ich einfach keinen Sinn und Zweck mehr dahinter, YouTube weiterzumachen. Dennoch, aber, wie gesagt, der Content wird euch trotzdem noch kostenlos zur Verfügung gegeben. Also schaut euch die Links unten an und verfolgt Instagram. Bei Instagram wäre ich es auf jeden Fall bekannt geben, wenn das mit diesen bezahlten Likes funktioniert. Genau. Und wie es funktioniert und ob ich es überhaupt machen werde. Guckt euch meine Internetseite an. Podcast mache ich ja auch. Genau. Das habe ich ja ganz vergessen. Vegane Zeit bin ich da zu finden. Hauptsächlich auch gesunde Ernährung. Also eigentlich auch von der Thematik her. So wie hier. Podcast macht mir irgendwie viel mehr Spaß. Da kann ich viel mehr labern. Muss ich mich nicht nur so kurz anbinden und, ähm, kann mir irgendeine Räumlichkeit aussuchen. Was momentan halt bei uns auch nicht so einfach gegeben ist, dass es gute Räumlichkeiten gibt. Und ansonsten könnt ihr mich natürlich doch immer noch auf den, in den Insta-Stories sehen. So, jetzt bin ich bei 5 Minuten 50. Ähm, schreibt mir einfach mal unten drunter. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen oder, ähm, Vorschläge, was ihr von mir sehen, hören, haben wollt. Sehen, hören, lesen. Genau. Und, ähm, wie gesagt, bleibt trotzdem als Abonnenten hier dran. Es werden trotzdem noch weiter Videos folgen. Nur halt eben nicht mehr ganz so regelmäßig. Es tut mir leid, äh, es war auch eine schwere Entscheidung, weil YouTube mache ich jetzt auch schon sehr, sehr lange. Dieser YouTube-Channel existiert ja seit 2015. Und mein anderer YouTube-Channel existiert seit 2008. Ich habe aufs Datum mal geguckt. 15.09.2008 habe ich meinen ersten YouTube-Channel angemeldet. Es sind jetzt fast genau 10 Jahre. Genau. Und, ähm, ja, mal gucken. Vielleicht wird es ja auch irgendwann mal wieder zum Leben erweckt. Was mir Bock machen würde, wären halt eben Vlogs. Aber das ist unheimlich viel Zeitaufwand. Wenn das Geschäft mal läuft, dann engagiere ich einen, der für mich die Videos schneidet, dann filme ich mich über den Tag. Jemand schneidet für mich die Videos und dann wird es regelmäßig Vlogs geben. Vielleicht habe ich ja mal das Glück, dass es soweit ist. Ähm, da würde ich sogar wirklich sehr gerne einen Teil von meinem Gewinn abgeben, von meinem Geld einfach, um euch eben Videos zu liefern. Aber zeitlich gesehen, Vlogs schneiden ist einfach nicht drinnen. Das, äh, ich habe da teilweise drei bis vier Stunden gebraucht zum schneiden. Das ist ein ganz schöner Aufwand. Und das tagtäglich, wenn man das so sieht, ähm, drei, vier Stunden jeden Tag, ist schon nicht ohne. Aber das hat mir so einen Bock gemacht. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich hoffe natürlich, ihr bleibt dran. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Channel trotzdem abonnieren. Und halt eben auch meinen Instagram-Channel. Ich verlinke euch alles unten. Äh, wo bin ich noch unterwegs? Facebook natürlich. Das verlinke ich euch alles unten. Da werdet ihr natürlich weiterhin, wie gesagt, mit Content beliefert. Und dann macht's gut. Ciao. Euer Stefan.